Oh, die Tarot-Karten gezogen sind. Hier eine Gravur, wie die Münzen, gell, mit Penakel. Ein Stab, schon 100 verteilt sind in der Stadt. Ich sage starke Sache. Heute kam das Päckchen von Temu. Temu hat Münzen. Ich mache einen Link drunter. Und Münzen, Sachen für Zeremonien kannst du daher holen. Und dieser wunderschöne Ring ist auch dabei. Mit Luzifer-Symbol. Diese Satan-Hetze. Instead. Das ist ein Luzifer, ein good guy für mich. Und hier ist der Vorgarten, da tanze ich, da singe ich, da lache ich, weil es der erste Vorgarten eines Hauses ist. Ja, und das hat die Kartenlegung heute ja gesagt im Internet. Neubeginn, die drei Tarot-Karten, die wir zogen haben. Da wünsche ich euch eine schöne Zeit. Gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.